Hallo, mein Name ist Alice. Ich bin Fage im ersten Ausbildungsjahr. Ich heisse Adna und ich bin Fage im zweiten Ausbildungsjahr. Komm doch mit rein, wir zeigen dir unseren Lehrbetrieb. Aus Lernenden ist es mir sehr wichtig, mit den Bewohnern zusammen sinnvolle Tätigkeiten zu machen. Sei es etwas selber zu machen oder auch nur hier zu sitzen und mit ihnen zusammen das Buch nachzuschauen. In unserem Büro geht es manchmal so her, wie in einem Bienenhaus. Da muss ich den Kopf bei der Sache haben. Die Ausbildnerin zeigt mir, wie ein Blutzuckergerät funktioniert und wie man eine Blutzuckerkorrektur gemessen. Während der Lernsituation sage ich mir oft, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Zum Glück arbeite ich in einem Team. Hier informieren wir uns gegenseitig, organisieren unsere Arbeit oder delegieren diese ab. Und manchmal machen wir auch mal einen Witz. Aus Lernenden habe ich immer eine Ansprechperson und meine Berufsbildnerin fördert mich in meinem Alltag. Sie fördert mich aber auch, indem ich ihr immer mein neues Fachwissen erläutern. Ich hoffe, du hast dir ein Bild von unserem Ausbildungsbetrieb machen können. Und wie dir dieser Film gefallen hat, dann bewirb dich doch bei uns. Zum Glück Vielen Dank.